Hallo meine Lieben, heute gibt es eine kleine Review über den Voxstar Express in der Sukhumvit 29. Hello my dear, lovely peeps, today we talk about the Voxstar Express in Sukhumvit 29. Ja und gestern wollten wir eigentlich dort eine kleine nette Review tragen, aber es hat dann so extrem geregnet, es war eine extreme Überschwemmung, Patsy, ich werde euch da ein kurzes Video einblenden, wie es da ausgeschaut hat, jetzt haben wir gesagt, nein, der Taxifahrer muss direkt vor der Türe auf der kleinen Anhöhe warten, wir rennen nur schnell ein, holen uns unsere Sachen und sind dann wieder da hin und vor dem Anzug ist. Ja, yesterday we wanted to make the review in the nice little restaurant, but it was raining so hard and it was all flooded, so we just grabbed our food and went home with the taxi. So, and now, here we go. The food is packed very well in the nice little cartons and they are really stuffed to the limit. They are heavy, they are fully packed and you really, really will not be hungry after one of them. And they have a great value and variety for all the typical Western Chinese foods. So, as we are vegans, we had many vegan options in tofu, we had tofu sweet and sour, kung pao, we had chop sui, we had sessuan, there would also have been one with curry and I think two or three more tofu meals and also some vegetable meals and lo-mai-nudeln. We also ordered lo-mai-nudeln, but I cannot show you because we already ate them. Yeah, also, the choice is really big. So, after we are vegan eating, we put it on tofu, we put it on tofu, tofu sessuan, tofu sessuan and tofu chop sui, the lo-mai-nudeln, which I can't buy, but I can't buy, and chop sui, I think I don't buy. Then there are very many meals, I think there are several meals with differentین and foods, so I believe that there are many meals. I also think there are always some vegetables, you have pre-vorspeiseful vegetables. So, it would be vegetarian and there are also some vegetables that usually, and therefore there are some vegetables that are usually done with the European Finnish Chinese food. So, I think there are some fruits and vegetables. I also think there are a lot of fruits in the European Chinese food that are having a napkin. Du kennst es von den Chinesen in England oder Austria, nur um die Körnern. Und das Essen schmeckt genau wie dort. Und sie haben wirklich ein großes Menü. Und wir haben es wirklich gefühlt. Und sie haben auch den süß-sauberen Süß- und süß-sauberen Süße. Die süß-sauberen Süße haben sie dort auch. Und das war das erste Mal, dass ich die in Thailand auf einer Karte gefunden habe. Was the first time I found a Peking sweet and sour soup on a menu in Thailand. Ja, und wenn man direkt mit einer in Kontakt tritt, also mit einer auf Facebook bestellt, oder direkt bei einer anruft, dann gibt es nochmal 20% Preisnäuglas. If you order directly on their Facebook, or if you call them and order, you get a 20% Discount. Aber man kann es natürlich auch über Grab, Wine und die ganzen anderen Food-Lieferanten bestellen. Ja, jetzt kann ich nochmal in die Schachtel nehmen. Also wirklich, die sind super verpackt. Auf der Seite waren sie auch nochmal richtig zugeklebt. Dann sind die nicht in einer Plastiktaschenpen, sondern in einer stabilen Papiertasche. Das war eben das Kung Pao. Sehr aromatisch mit Ingwer und Sesam. Und das Sweet and Sour. Und unser Favorit war das Sweet and Sour Tofu. Aber alles war wirklich, wirklich toll. Und wir können den Voksta Express wirklich einen Thumbs-up geben. Wir können da wirklich nur sagen, Daumen hoch für den Voksta Express. Wenn er nicht so weit drinnen war und weit weg von uns in der Zukunft mit 29, darf man sicher öfter was holen, aber es war auch garantiert nicht das letzte Mal. Okay, dann thank you Voksta Express. Bye-bye.